Herzlich Willkommen zur heutigen Produktpräsentation, mein Name ist Maximilian Herzen und heute soll es um das Thema gehen, maximale Materialausnutzung bei ihren Schachtelergebnissen. Und in diesem Zusammenhang habe ich Ihnen hier den neuen Power-Schachtler von Wicam mitgebracht, der es Ihnen ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen Schachtelroutinen bis zu 15% mehr aus Ihrem Rohmaterial rauszuholen. Aber ich würde sagen, bevor wir in das ganze Thema Power-Nesting einsteigen, gucken wir uns doch erstmal an, was macht denn eine herkömmliche Schachtelroutine, weil eine herkömmliche Schachtelroutine ist quasi in jedem Programmiersystem serienmäßig vorhanden, wo Sie nach bestimmten Vorgaben Ihre Teile auf dem Blech verschachteln können. Bedeutet, Sie können entweder sagen, ich möchte die Teile von links nach rechts verschachteln oder ich möchte, dass zuerst die großen Teile verschachtelt werden und danach die kleinen Teile. Das Problem ist natürlich bei diesen Schachtelroutinen, dass Sie bestimmte Regeln im Vorfeld definieren und aufgrund dieser Regeln können bestimmte Teile nicht auf bestimmte Bereiche im Blech gelegt werden und dadurch haben Sie natürlich mehr Materialverbrauch. Und ich habe Ihnen hier zwei Praxisbeispiele mitgebracht, woran ich Ihnen das sehr gut zeigen kann. Das ist der erste Fall, wo ich verschiedene Geometrien auf ein Blech verschachteln möchte, einmal Rundungen, einmal rechteckige Teile und ich würde sagen, wir starten jetzt mal und lassen das Ganze einmal im konventionellen Schachtler verschachteln. Am Ende kommen wir mit dieser Strategie dann auf 7,5 Tafeln, bedeutet, ich brauche mindestens 8 Tafeln in meinem Blechlager, um diesen Auftrag zu fertigen. Und jetzt gehen wir hin und machen das Ganze mit dem Powernester. Bei dem Powernester können wir einmal auswählen, alle Tafeln verwenden, dann können wir dem eine Schachtelzeit vorgeben, wie lange wir ihm Zeit geben, das beste Ergebnis zu ermitteln. Die Schachtelung bei Mehrbrennern ist bei diesem Schachtler auch möglich, dann können wir noch sowas wie Resttafel bevorzugen mitverwenden und hier können wir dann noch die Teilesortierung einmal vordefinieren und dann können wir jetzt quasi auch schon sagen, okay, bitte schachteln mir mit der Power-Schachtel-Routine diese Teile erneut. Und jetzt sehen Sie schon, der Schachtler fängt an, verschiedene Strategien auszuprobieren, um das beste Nesting-Ergebnis zu erzeugen. Und wir haben es jetzt schon geschafft, dass wir nach, ich sag mal, 30 Sekunden auf genau 7 Tafeln kommen, das heißt, wir haben uns die halbe Tafel bei dieser Schachtelung jetzt einfach gespart und konnten quasi diesen Auftrag nicht mit 8 Tafeln machen, sondern mit 7 Tafeln. Im zweiten Beispiel habe ich Ihnen hier ein Nesting mitgebracht, wo viele Rundungen geschachtelt werden mussten und besonders bei solchen Teilen und bei sehr komplexen Teilen ist der Power-Schachtler bares Geldwert, weil ich zeige es Ihnen hier jetzt an dem Praxisbeispiel. Bei dieser Schachtelung brauchen wir mit einer konventionellen Schachtelung fast 8000 Kilo Material bei einem Tafel-Einsatz von 9 Tafeln. Jetzt nehmen wir die Teile und lassen diese Teile einmal mit dem Power-Nesting-Modul schachteln, sagen wir alle Tafeln, geben dem Schachtler 60 Sekunden Zeit, ein besseres Nesting-Ergebnis zu erzeugen. Und hier sehen Sie jetzt, wie der Schachtler wieder anfängt, dynamisch die Teile optimal zu verschachteln. Und hier sind wir jetzt auf ein Nesting-Ergebnis gekommen. Die Anzahl der Tafeln, die benötigt werden, hat sich dann von 9 auf 8 Tafeln reduziert. Und vorher waren wir bei fast 8000 Kilo verbrauchtes Gesamtgewicht. Und jetzt sind wir nur noch bei knapp 7000 Kilo. Das heißt, Sie haben allein mit einem Job, wenn Sie es über einen Power-Schachtler geschachtelt hätten, 1000 Kilo Material eingespart. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie viel Material Sie in Ihrer Produktion mit Ihren individuellen Teilen einsparen können, dann gehen Sie einmal auf wicam.com, klicken auf Demo anfordern, füllen hier einmal das Kontaktformular aus und dann wird sich ein Mitarbeiter bei Ihnen melden, um einen Demo-Termin mit Ihnen zu vereinbaren, wo wir uns einmal angucken, wie viel Material wir in Ihrer Produktion sparen können.